Hallo, mein Name ist Jacqueline Degenhardt, Gründerin und Inhaberin der Naturkosmetikmarke Jolie au Naturel. Ich hätte niemals gedacht, dass aus einer liebevollen Eltern-Kind-Beziehung mal der Grundstein meines Unternehmens wird. Mein Vater als Heilpraktiker und meine Mutter als Kosmetikerin inspirierten mich, meine eigene Naturkosmetikmarke auf den Markt zu bringen. Seit 2018 gibt es Jolie au Naturel auf dem deutschen, schweizer und österreichischen Markt. Alle Produkte werden liebevoll noch traditionell per Hand in einer Manufaktur hier im Odenwald hergestellt. Da ich die Produkte ursprünglich für mich selber hergestellt hatte, war es natürlich mein Anspruch, so viele Inhaltsstoffe wie möglich zu haben. Daher verwendet Jolie au Naturel Pflanzenhydrolate statt günstigem Wasser. Das bedeutet, wir haben 100% Wirkstoffen. Die Standardformel ist 50%, 60% Wasser, 10% Alkohol, 5% Glycerin. Wir verwenden 50-60% Pflanzenhydrolate wie Hamameliswasser, Rosenwasser, grüner Tee, Aloe Vera. Die gibt ganz toll pH-neutralisierende Eigenschaften für die Haut haben. Daher hat Jolie au Naturel ein schlankes Produktsortiment, da sie für jeden Hauttyp ausgleichend und entzündungshemmend wirken. Da Jolie au Naturel eine nachhaltige Naturkosmetikmarke ist, ist uns eine nachhaltige Zusammenarbeit auch sehr wichtig. Daher bieten wir nicht nur den Verkauf der Produkte an, sondern kostenlose Online-Schulungen, Verkaufscoachings und Marketing-Coachings an. Alle Werbematerialien bekommst du natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch kostenlose Online-Schulungsvideos stehen dir zur Verfügung, sowie Bilder und Reels für das Posting auf Social Media, um dich perfekt und als Expertise auf dem Naturkosmetikmarkt zu repräsentieren. Natürlich gibt es bei uns auch keine Depotzwang- oder Mindestbestellmengen. Uns ist es wichtig, dass du Step-by-Step dein Unternehmen aufbaust und wir gemeinsam wachsen. Bei allen Fragen stehen wir dir zur Verfügung. On top gibt es noch die Möglichkeit, über die Jolie-Akademie an Experten vermittelt zu werden, um dein Unternehmen aufzubauen, weiter auszubauen oder mehr Reichweite zu bekommen. Außerdem erhältst du zu jeder Bestellung kostenlose Produkttester, um sie deinen Kunden zu geben und so die Marke Jolie und Naturell bei dir einzuführen oder neue Kunden zu gewinnen. In deinem Starterpaket von Jolie und Naturell ist außerdem unter anderem der Juwel-Kugelschreiber von Jolie sowie die Broschüre enthalten. In dieser Broschüre findest du alle wichtigen Angaben zu jedem Produkt, welche Inhaltsstoffe es beinhaltet, welche Benefits es für deine Haut hat, für welchen Hauttyp es besonders empfohlen wird und bei was es unterstützt. Alle Preise und sowie Tipps. Das bedeutet, die Broschüre kannst du jederzeit zur Hand nehmen, um dem Kunden genau und perfekt jedes Produkt zu erklären und zu beraten. Du hast noch Fragen? Dann vereinbare einfach deinen kostenlosen Beratungstermin. Ich freue mich auf dich! Ich freue mich auf dich!